so hier fliegt hier schwebt ein buch was ist das für eine krasse übrigens ihr braucht nicht traurig sein wenn ich euch carry oder so ich bin halt ich hab's halt drauf kann ich eigentlich hier springen nein kann ich nicht ich beobachte wie der killer jemanden gehen er darf dich er darf dich nicht sehen er ist da oben wie ist er denn so schnell hochgekommen ich bin hier in so einer ich bin einfach zu fett nein die schwerkraft ist nur falsch rum kannst du mich heilen genau sehr sozial von dir du hast mir wehgetan du hast mich nicht geheilt er ist reingegangen so ich brauche bei euch nicht mehr geheilt werden er bringt ja nix ich bin hier da wer hängt jetzt martin was da passiert ist der killer bei dir kommt da zu uns kämpft er bei dir ich gucke mal ob ich dich abgehangen kriege aber ich höre der muss hier irgendwo sein was hängst du hier so rum als ich killer war hat so ein du den haken kaputt gemacht kann man das mit allen haken ich habe ihn gesehen ich dachte wir machen noch schnell fertig das ist knapp der killer ist eventuell irgendwo bei dir in der nähe wenn du immer noch da bist wo wir uns er muss martin hin wo ist er denn der muss ich war richtig krass eben gerade ich habe zwar keine ahnung wo der ist aber jetzt habe ich nicht geguckt ist er immer noch bei dir das gut ja spiel mal ein bisschen mit dem ob man dich fürs team ich höre ihn ja martin lockt ihn mit absicht zu uns damit er auf uns geht ich habe linke finger ja guck mal wie ich hier mit den kabeln funke da leuchtet die hütte ja genau ich könnte ich hasse dieses spiel einfach hör auf zu heulen doch 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 ich habe aber doch gesagt ich rufe gleich deine mutter an ja da hinten denkst du so ich lauf mal straight außen zu dir kannst ja mal gucken ob der killer in meine richtung läuft ja ich bin das ist einfach weil ich zu blöd bin diese komischen dinge da heile zu machen ja ja bist halt technisch nicht so befangen ne schnauze lauf mal schneller ja ich eile seh ich nix von was hängst du denn hier komm mal hierher wir verstecken uns hier hinten hier ja oh 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 man arf oh an die rum ort das war knapp dass das war schön oder das macht ich glaube aber martin macht das mit absicht der lockt den killer an um ihn denn an uns abzuwälzen warte ich war da auch gerade in der nähe wo bist du er kommt nicht hast ihn abgehängt war so klar randy ist so ein loser ich habe schon immer gewusst ja ich würde gerade sagen er ist nicht hier nur ist aber laute mucke ach da ist er er lockt ihn genau zu uns unfassbar guck wer da wegläuft sind sie hinter der wand wo ist er hin die letzten millimeter easy game das war ja mal sag mal hier hat polo hängt aber nicht am haken und wenn er noch einmal hängt ist er tot oder links ist da nicht der killer ja er ist gerade jemand hingefallen er ist draußen er trägt gerade habe polo weg ich nehme die verfolgung auf und das ist gleiche um die ecke er ist immer noch bei polo in der nähe er hat gerade mega mäßig gefurzt der hat gerade so nein da kam so eine richtig braune kack stinkwolke an der hat gerade so ob ich jetzt mein spinnt angeguckt ich war mir sicher dass er weiß wo ich bin ich habe hier mega laut musik ich will doch einfach nur diesen scheiß kack da fertig kriegen er bekämpft diesen oh das hat er bestimmt gesehen ne hat er nicht gesehen ist ja schlecht wen hat er jetzt geschnitzt ich habe ich habe einen abgefangen er klebt mir eine backe alles cool alles cool ich bin bei dir in der nähe ich werde dich retten ich komme als ein tollkühner reiter angehängt und er steht ich bin bestimmt leicht rot wie was ist das denn ich liege hier auf dem boden bei deiner arme mich geschehen du hast mir ins gesicht getreten ja alle gehen sie drauf hey martin was machte nein hebt die leute auf mensch ich babbel hier gar nicht rum richtig schlecht er schleppt mich zum anderen am ende der welt ich hänge jetzt schon einmal habe ich hier auch schnoddertücher ja ich schaff's nicht komm nicht weg von dem er will mich er lässt sich liegen er ist hier bei mir links von patrick rechts von mir sind das nur fallen die der aufstellt ja ich werde ich werde schon gerettet apollo hat mich gerettet komm apollo machst du denn da wir müssen uns gegenseitig heilen die hat mich auch nicht geheilt mich hast du schon einmal klar wir haben dich beide geheilt die wer hängt denn jetzt martin wechselt ihr euch ab ich gehe martin retten apollo will hier uns nicht heilen apollo ist bei mir und heil dich ach es hängt ja gar keiner gerade ach manno was ist das überhaupt für einer soll das ein rocker sein oder was martin halt ihr nicht den schritt so ins gesicht aber du hast es fast geschafft bist du wirklich schon ja du bist schon wir brauchen nur noch ein gen der schon fertig ich höre ihn aber ich sehe nicht du mir nix du mir nix nein warum ich schaff's nicht ich will nicht sterben alles an martin oder ne apollo ist martin auch schon tot? äh scheiße kinkerer noch nicht ja alles gut der heilige apollo wird kommen und mich befreien ja er kommt du bist ganz tot vielleicht ist martin ja nur so ein bisschen tot er kommt nicht mein skill ist hier weit vorbei weiß einer von euch wo die luke ist wieso ich vielleicht ist ja auch apollo tot ein bisschen optimismus hier was ist das für ein teamgeist ja und der killer ist bei mir und wartet so eine drecksau ja es liegt alles an apollo enttäuschend aber habe ich es nicht ich gucke immer noch zu oder wollt ihr gleich raus geh ich nicht hier wieder raus ne alles gut alles gut er kann ja er kann ja jetzt fliehen ja aber der ist der killer aber was habe ich am anfang gesagt ich carry die ganze runde ja durch mein einsatz hat apollo noch eine chance zu überleben ja jetzt geht zur tür hin das kriegt er gar nicht mit genau zieh mal am hebel da traf der nicht der ist bei der anderen tür zumindest einer der es geschafft hat er schafft er schafft er bleibt noch stehen und wink ihm genau blende ihn und jetzt tippen tippen muss tippen alter nein die hocke gehen immer so wie beim teebeutel wunderschön ich war toll sehen uns das nächste mal wieder ja ja ja